Annette Zimmermann ist bei uns. Sie ist Erzieherin im Eltern-Kind-Zentrum in Waldhof. Schön, dass Sie da sind. Sie haben sicherlich auch Ihre Erfahrungen mit speziellen Elterntypen gemacht. Was erleben Sie dann tagtäglich? Ja, es ist ja so, wie gesagt, ich arbeite im Eltern-Kind-Zentrum im direkten Bereich Elternarbeit, Kinder, Eltern und in unseren Gruppen sind also Kinder, die noch nicht in die Krippe gehen, in den Kindergarten, die also mit ihren Eltern bei uns sind. Und wir haben auch immer wieder Mütter, wobei das also meistens auch die Mütter sind, weniger die Väter, die einfach so die richtige Balance nicht finden zwischen Fürsorge und Freiraum für das Kind. Das äußert sich dann oft auch schon ziemlich früh. Also wenn die Kinder dann anfangen loszulegen, zu krabbeln, spätestens dann, wenn sie sich auf ihren eigenen Beinen dann fortbewegen und die Welt erkunden wollen, ist dann die Mutter halt ständig hinten dran. Wird geguckt, dass das Kind nicht fällt oder darf vielleicht sogar nicht, nicht mal alleine laufen, immer an der Hand oder... Aber ist das denn problematisch? Ja, es geht halt darum, dass solche Kinder dann einfach auch keine eigenen Erfahrungen machen können. Ja, wie soll ich wissen, ob der Boden hart ist, wenn ich nie habe fallen dürfen? Wie soll ich wissen, wie sich Sand anfühlt? Wie... Oder wie er schmeckt, wenn ich nicht im Sandkasten spielen darf, weil vielleicht Sand auf meinen Kopf fallen könnte. Ja, oder wie kann ich klettern? Das sind alles so Dinge, wo die Kinder halt sehr arg eingeschränkt sind und dann behindert werden da drin. Gibt es da eine Entwicklung? Wird das, also ich will jetzt nicht sagen schlimmer, aber tritt das dieses Verhalten vermehrt auf? Also ich denke schon, dass heute Erziehung einfach mittlerweile wirklich schwieriger geworden ist, weil die Eltern einfach unter menschem Druck stehen, alles richtig machen zu wollen. Wenn man es heute mal umschaut, es gibt unzählige Erziehungsberater, ja, es gibt das Internet, es gibt Elternkurse und die wollen natürlich eigentlich den Eltern helfen, was auch viele Eltern für, also für die Eltern dann auch so ist. Aber es gibt halt auch viele, die sich dadurch auch verunsichern lassen und einfach so das eigene Bauchgefühl dann verlieren. Was ist jetzt richtig und gut für mein Kind? Und teilweise wird es auch schwierig, dann mal auf die eigene Erfahrung zurückzublicken, denn es gibt ja auch immer mehr Bewegungen, also Umzüge entsprechend auch von Eltern. Man hat also das eigene Elternhaus, also die Großeltern in diesem Fall, ja auch nicht mehr als beratende Seite um sich. Ja, das berichten uns halt auch viele Eltern, dass ihnen einfach so die Erziehungsbegleitung auch fehlt, was man halt früher hatte. Viele müssen wegziehen, umziehen aus beruflichen Gründen, wegen der Partnerwahl, weil der Mann irgendwo anders einen Job hat und man lässt dann einfach Freunde, Verwandte, Familie auch hinter sich und ist erst mal ganz alleine gestellt, ja. Also man hat halt nicht Oma, Opa, mit denen man wirklich mal sich drüber unterhalten kann. Wie hast du das gemacht? Wie siehst du das? Einfach halt auch die eigenen Ängste, die man hat, auch mal aussprechen zu können und sich beraten zu lassen innerhalb der Familie und Freunde. Und ansonsten einfach mal die Kinder machen lassen. Erfahrungen sind wichtig, das wissen wir alle. Annette Zimmermann. Danke, dass Sie bei uns waren.